Wir spielen direkt weiter und durchforsten schon das dritte Mal die Sturmfeste, haben aber jetzt Hilfe dabei gehabt, uns noch ein paar Rätsel zu lösen. Eins davon, da hab ich mir gedacht, da war ich echt blind und doof. So, genau, jetzt bin ich hier mal rübergejumpt. Oh, da liegt ein Item noch. Aber ich bin der Meinung, da war ich sogar schon. Oder? Waren da nicht... Genau, da waren die zwei Türme. Äh, aber da gibt's ja auch nichts... So. Ja, da bin ich ja hergekommen. Ich könnte mich halt nur zu diesem Item da noch droppen lassen. Ja, komm. Wir holen das Item. Erstmal. Ups. So. Und, hups. So. Äh, dann hier diesen Weg folgen. Okay, da unten. Objekt voraus. Objekt voraus. Da nicht. Achso, da geht's dann diesen Türmchen. Dann hüpfen wir mal hier runter. Ich glaub, das Objekt hab ich dann schon. So. Da unten liegt zum Beispiel noch was. Geht's jetzt in die Richtung? Ja, so ein bisschen, ne? Ah, da ist ne Ratte. Gehen wir mal da runter. So. Äh, haben wir hier noch irgendwas? Nape, 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 nape. Okay, wir lassen uns mal hier droppen. Ach, okay. Und jetzt sind wir hier auf dem Dach. Okay. Und da unten liegt ein Item. Wie komm ich da runter? Oder war ich da schon? Äh, warte mal. Da, da, klar. Äh, ja, nee. Ich glaub, jetzt such ich hier nicht weiter rum. Ich will jetzt hier nicht noch mehr Thematik drum machen. Ach ja, genau. Da geht es da hoch. Was wir jetzt machen, ist jetzt einmal, wir rennen da einmal um die Ecke. So. Okay, da ist mir keiner in die Ecke gerannt. Sehr gut. Oder? Nee. Dann gucken wir nochmal hier. Aber dann machen wir auch Schluss mit der Sturmfeste und gehen dann mal weiter. Ach so, jetzt bin ich wieder vorne am Eingang. Ja, genau. Stimmt, das war das. Da ist Wasser. Da kommst du nicht. Naja. Dann würde ich sagen, ähm. Wir gehen hier hin, in der Hoffnung, wir haben... Warte mal. Haben wir beide Elemente? Das schauen wir jetzt mal. Schlüsselelement. Wir hatten das hier noch eingesammelt. Was macht denn das? Dass man mit der Gravur eine Szene aus dem Helden-Epos erhöht die Stärke. Ja, ist doch schon mal interessant. Äh, genau. Ich wollte aber... Töp, 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 töp. Schlüssel. Schlüssel. Das waren... Oh, guck mal. Ich hab jetzt noch zwei. Ähm. Stern. Stern. Splitter. Ach so, das hier sind... Standard. Das sind die. Ah, hier. Genau. Medaillon von Dektus. Geheimes, hä? Äh. Haligbaum-Medaillon. Das hab ich die zweite Hälfte noch nicht. Und da haben wir das andere. Okay. Dann. Da hoch. Ach, ist... Ist immer schade, wenn man so Sachen überliegen lassen muss. Was sagst du noch mal? Er ist dort. Irgendwo. Ein weiterer Pfad, der zurück zum Fuße des Erdenbaums führt. Ein uralter Tunnel. Hierfür benötigst du die zweite Medaillon-Hälfte. Ich hab ja beide. Das ist ja das Schöne. Ich wusste ja, wonach ich suchen muss. Ah. Ah, Medaillon. Ja, ich kann auch so lange das machen. Ja, ich kann auch so lange das machen. Ich bin auch da. Ist nur grad schwarz, das Bild. Ach, ich spiel übrigens nur über die P's. Warte. Ich spiel übrigens nur über die P's 5. Falls das mal jemand interessiert hat. Perfekt. Total Weg geschafft. Noch so als Anregung. Es gibt noch Radan als großer Storyboss in Khalid. Wenn du den nicht auslassen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, den zu besiegen, bevor du dich auf den Weg in die Hauptstadt machst. Warte. Aber ich will dir ja nicht reinreden. Nee, das ist alles okay. Erlaub. Genau. Das ist ein guter Hinweis. Ich bin ja jetzt auf dem Weg in die Hauptstadt, soweit ich es im Blick hab. Das sieht aus nach einer Hauptstadt. Genau. Ich wollte eigentlich nur diesen Weg dahin machen. Aber dann muss ich ja doch dieses Khalid-Umgebung machen. Oh, Riesen. Ah, warte mal. Ich muss noch wieder was einstellen. Äh, das. Und das. Damit ich auch was sehe. Okay, dann aktivieren wir jetzt hier erstmal nur ein Licht der Gnade. Wo bin ich denn? Ach, da. Äh, noch ausschlagen, ne? Ich will ja nicht hin. Okay. Dann. Hier ist kein Licht der Gnade in der Nähe, wie ich es sehe. Nee. Ja, dann ab nach Khalid. Also ich war hier unten schon in der Rotmähne, Schloss Rotmähne. Dann hier Refugium der Bestie. Aber es gibt noch diesen Bereich und halt natürlich diesen großen Bereich hier. Ähm. Wir könnten jetzt rein theoretisch hier hingehen, um das mit den Magiern mal zu machen. Ich werde heute ungefähr bis fünf spielen, denke ich mal. Und dann Fire Up machen. Du kannst auch den gigantischen weißen Drachen von hinten abstechen und dir den Haufen, die den Haufen Runen ergaunen. Das könnte ich auch. Okay. Oh. Okay. Ich muss ja sagen, als Begleitgeist finde ich zum Beispiel die... Ich hab einen Skelettkrieger. Der ist echt gut, weil der halt immer wieder aufersteht. Mag ich. Autsch, mein Pferdi. Warte da, so. So, genau. Ah. Lass mich das Licht der Gnade aktivieren. Du Schwein. Was ist denn von überall beschossen? Ach, von da. So. 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 So Jetzt ist es fertig mit deinem Buch Ein verschlossenes Portal So, wir schauen uns erstmal hier am Rand um Okay, das weiter hinzu Auf den Seiten Okay, und da oben liegt was Dann Okay, das sammeln wir auch noch ein Die ist hoch Dann ist noch ein Magier So Das kriegen wir doch gedeichselt Ich höre noch einen Oder bin ich das Ich glaube, das bin ich Ach da Ach von da So So, wir gehen mal Ah, da Da war auch noch einer So Lächerlich Ich becher mich weg Oder ich messer mich weg Ist das eine Tür Das ist eine gute Frage Ob das eine Tür ist Ah, da war ich Vorhin Da ist das Haus Von dem alten Mann Da ich die Magier halbwegs aushalte mit der Energie Und Ähm Ich sie relativ schnell Bin ich jetzt auch nicht wirklich vorsichtig Was hier das Durchhauen angeht Wo ist er da Okay Na, wohin wanderst du Ja, ja Kommt Hier war da noch irgendwo einer Ah, ein Gemälde Ah, da war ein Magier Oh, cool Ich mag diese Gemäldeaufgaben Auch wenn ich bis jetzt Nur eine erledigt hab Okay Warum höre ich hier ein Na, wo ist denn der Da liegt noch was Komm ich so nicht hoch Aber da Jetzt machen wir jetzt das Item So Dann Glitcheln wir uns hier hoch Ach, da oben Yeah So Ich mag dieses Die Umgebungen mir anschauen Komplett Irgendwo in der Stadt Wurde ein Siegel gebrochen Ich mag das Wie beden Sieg Das war Komm ich da so rum? Doch. Ne? Na, Schwein. Wo ist er jetzt? Ach, da wieder. Wartet da aufs Dach. Perfekt. So soll das sein. So, da war jetzt nichts. War hier noch was? Ne. Okay. Ist auch wichtig, alles zu erkunden. Oft findet man etwas Nützliches. Jaja, ich bin jemand wirklich, wie du ja siehst, ich gucke da selber wie ein Bekloppter. Ich habe ja nicht ohne Grund auf YouTube schon so viele Videos daran, weil ich halt echt mir viel angucke. Ich mag das, dass das Level halt ja so gespielt ist oder so eingestellt ist. Nein. 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 Haha. Glitchy, mehr glitchy. Äh, da dürften noch Türme sein. Gehen wir erstmal das da holen. So, warte. Da sind Magier. So, hier müsste ich doch hochkommen. Jo, wie ich's vermutet hab. Ah, ba, 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 da, 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 da. Noch ein Siegel lösen. So. Das Siegel ist gelöst. Das Siegel ist gelöst. Gibt's hier noch einen Turm? Außer den vor mir. Warte, wir gucken. Da ist noch ein Turm. Okay. Und den da. Ja, gut, da kannst du nix machen. Dann. Darum muss ich. Okay. Nein. Ach, vom Allerdein. Äh. Au, du Schwein. Ich bin da haut. Dann halt so. Mein Gott. Äh. Von der anderen Seite kam ich, glaub ich, drauf. Genau. Von hier. So. Da muss ich entlang. Ja. Okay. Cool. Cool. Und hoch. Dann kann ich gleich um die drei Siegelräume. Ah, guck. Das Siegel da unten hab ich jetzt gebrochen. So. Dann. Nein. Spring doch. Das wird sich lohnen. Das freut mich. Ah, jetzt komm ich ja nicht rein. Komm, erst mal. Zauberdrachentalisman. Ah, ist gar nicht so schlecht. Ich glaub, das andere war da drüben. Ne, hier war's nicht. Ah, wo war denn das andere Siegel? Was ist da unten? Ne, da unten war's auch nicht. Ah, da. Nachtkomet. Okay. Wahrscheinlich nichts für meine Magierfähigkeiten, weil ich dafür zu mies bin darin. Ähm. Genau. Ich wollt noch mal hoch. So, und darum. Ich wollte mich hier droppen lassen. Hier und hier. Stab des Verlustes. Okay. Und jetzt kann ich da hoch. Na, da sind noch Items. Die sammeln wir nur noch ein. Ich will sammeln. Sachen einsammeln. Okay. Hier war jetzt sonst nix mehr, ne? Ne. Okay. Goldene Saat. Ah, aber das Siegel hatte sich ja hier irgendwo gebrochen, ne? Das hatte ja nichts. Das war da. Da ist nämlich der Boss. Okay, da geht's da runter erstmal. Noch ein Licht der Gnade. So, wo sind wir denn? Ah, wir sind hier. Okay. Hier geht's jetzt, glaube ich, wieder raus aus der... Ne, oben herum noch. Okay. Okay. Okay, bei irgendwo so'n Leichen-Heini. Gucken wir mal. Mal. War hier irgendwo einer? Okay, bringt mir so nix Dann Hoch da Ich weiß, ich müsste eigentlich jetzt in den Ort In den Boss Battle Wer zaubert denn hier, die du Schwachsinn Und du auch noch, komm Oh, ich höre was Da Who's there? Well, it matters not If you are wise, you will leave immediately My flesh writhes with Scarlet Rot It is a curse Not to be meddled with by man You ask that I stab myself with the needle to quell the Scarlet Rot But how do you do that? But how do you do that? Never mind I've decided I would rather trust you Than simply continue to spoil from within Would you mind Averting your eyes for a moment Warte, dann mach mal mehr weg So Ich dachte, da käme jetzt eine Animation Was steht hier alles? Wertvolles Objekt voraus benötigt Daher erst Moor Okay Aber jetzt kann ich nix mehr mit dir machen Gut, sie sagt nix mehr Also Nein Ah, warte mal Ich Könnte Erstmal die Sachen einsammeln Und danach Könnte ich Erstmal Den Boss unten legen Die haben wir ja jetzt Genau Dann gehen wir jetzt runter Ja komm Wir gehen den Weg Klingt kompliziert Habe ich das da unten schon? Ja Genau So Runter Wieder in der Stadt Jetzt kommen wir glaube ich zum Boss Ausrüsten Haben wir hier noch irgendwas Wir haben ja den Talisman langsam LP Weil wir den nicht so unbedingt brauchen Ich würde mal sagen Ich habe eine Vermutung Nicht genug Okay Nee, nee Dich hole ich mir Junge Dame So Jetzt Du Mal gucken ob es das war Ich vermute nicht Okay Es schien es gewesen zu sein Erstmal Lusatz Schimmerstein Ah, okay Ist sonst noch irgendwo was? Nee Ja Dann würde ich sagen Wir haben ja hier an der Stelle Jetzt mal noch schnell Einen Boss gelegt Einen kleinen Dann geht es also weiter In der nächsten Folge Bis dann Und auf Wiedersehen Tschüss Hier ist auch noch ein bisschen Ja, ich glaube es ist ja Ich hoffe es ist ja Ich glaube es ist ja